I used to. I don't do that anymore. I don't know how I got to write those songs. I don't know how to write those songs. I don't know how to write those songs. I don't know how to write those songs. The Freewheeling Bob Dylan zu sehen war, verstarb am 25. Februar 2011 nach langer Krankheit. Als die beiden 1961 zusammenkamen, war sie gerade einmal 17 Jahre alt. Rotolo wurde schnell zu Dylans Muse und inspirierte mehrere seiner frühen Liebeslieder darunter Tomorrow is a long time. Don't think twice, it's alright. Und Boots of Spanish Leather. In seiner Autobiografie Chronicles Volume 1, die 2004 erschien, erzählte Dylan, wie er Rotolo bei einem Konzert hinter der Bühne kennenlernte und sofort von ihr fasziniert war. Anfang 1962 lebte das Paar zusammen in einer bescheidenen Wohnung in der West 4th Street. Rotolos linke Politik und ihr Engagement in Organisationen wie dem Congress of Racial Equality, CORE, beeinflussten Dylans eigenes politisches Erwachen erheblich. Ihre Beziehung wird oft mit seinen frühen Liebesliedern in Verbindung gebracht, wie C, B, Don't think twice, It's alright, das in dieser Zeit entstand. Eines der berühmtesten Bilder dieser Ära ist das Cover von The Freewheeling Bob Dylan, das das Paar Hand in Hand zeigt. Doch Ende 1963 begannen Dylans steigender Ruhm und der damit verbundene Druck, ihre Beziehung zu belasten. Im Jahr 1964 trennten sich ihre Wege. Nach ihrer Trennung blieb Rotolo in New York City und engagierte sich weiterhin im politischen Bereich. Ihr Einfluss auf Dylans frühe Karriere und die unauslöschlichen Spuren, die sie in seiner Musik hinterließ, bleiben wichtige Kapitel in der Geschichte seines Lebens und seiner Arbeit. Darüber hinaus engagierte er sich in der New York City Youth League und strebte einen Beruf in den Bereichen Lehre, Malerei und Buchillustration an. Im Jahr 2009 veröffentlichte er außerdem seine Memoiren mit dem Titel A Freewheel in Time. In dieser Erzählung ging es speziell um Greenwich Village in den 1960er Jahren. Echo Hellstrom Echo Hellstrom war Dylans Freundin, als sie auf der Highschool waren. Gemeinsam hörten sie in der Ferne Radiosender mit hoher Wattzahl und lauschten der Rhythm & Blues Musik. Sie teilten eine Leidenschaft für Musik. Dylans wurde von ihrer Familie in eine Vielzahl von Sängern und Quellen der Volkmusik eingeführt. Es gibt eine Theorie, die besagt, dass Dylans Lead Girl from the North Country von Echo Hellstrom beeinflusst worden sein könnte. Diese Theorie gilt jedoch nach wie vor als umstritten und kann nicht bewiesen werden. Joan Bias Zwischen Bob Dylan und Joan Bias, die zu jener Zeit als Königin des Volk galt, bestand eine enge Liebes- und Musikbeziehung. Möglicherweise wäre Dylan ohne Joan nicht in die Elektromusik eingestiegen. Er entwickelte sich zu der legendären Figur, die er heute ist. Und ohne Dylan wäre Joan möglicherweise nicht in der Lage gewesen, ihre eigene Stimme zu finden und sich zu der beständigen Figur zu entwickeln, die sie heute ist. Es wird berichtet, dass die beiden 1961 eine romantische Beziehung eingingen, die jedoch nicht bis 1965 andauerte. Die Beziehung wurde von Dylan beendet. Es wird vermutet, dass dies mit Dylans Wechsel zur elektronischen Musik und Bias Gefühl zurückgelassen worden zu sein zu tun hatte. Der genaue Grund dafür ist jedoch unbekannt. Auf der Bühne und im Studio arbeiteten sie jedoch weiter zusammen und blieben während ihrer gemeinsamen Zeit eng befreundet. Dylan drückte später sein Bedauern aus. Dylan entschuldigte sich für sein unglückliches Verhalten während ihrer Beziehung. Diese Entschuldigung wurde jedoch erst 2009 mit der Veröffentlichung des PBS-Dokumentarfilms Joan Bias »How Sweet the Sound« öffentlich gemacht. Anfang der 1960er Jahre begannen die beiden zusammenzuarbeiten und einer ihrer ersten gemeinsamen Auftritte wurde 1963 auf dem Newport Folk Festival aufgenommen. Laut dem Dokumentarfilm »Don't Look Back – Schau nicht zurück« begann ihre romantische Beziehung im Jahr 1965 zu schwinden oder ganz zu verschwinden. Im Laufe der Jahre arbeiteten sie weiterhin gemeinsam an einer Vielzahl von musikalischen Projekten. Sarah Laundis Während ihrer gemeinsamen Zeit wurden sie mit vier Kindern gesegnet. Jesse, Anna, Samuel und Jacob. Maria, Sarahs Tochter aus einer früheren Ehe, wurde ebenfalls von Dylan für sie adoptiert. In dem Film »Ronaldo und Clara«, wie er dem Dylan Reggie führte, war Sarah in einer Rolle zu sehen. Leider wurde 1977 die Ehe der beiden geschieden, was das Ende ihrer Ehe bedeutete. Sarah Laundis ist die Mutter einiger von Dylans Kindern und in den 1960er Jahren waren sie auch ein wichtiger Teil seines Lebens. Die Kinder von Dylan wurden von Sarah Laundis aufgezogen. Sarah hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf Dylan. Sie wurde in mehreren von Dylans Liedern verewigt und Dylan schrieb ein Buch, in dem er sich positiv über sie äußert. Die Zeit, in der Dylan als Mensch und als Musiker introspektiver wurde, war die Zeit, in der er Lieder über seinen Wunsch nach einem Leben zu Hause schrieb, aber auch über seinen Drang, weiterzuziehen. Als Dylan anfing zu trinken, fremdzugehen und Konflikte über die Renovierung des Hauses auszulösen, geriet ihre Ehe in Schwierigkeiten. Zunächst schien es, als sei ihre Beziehung wie geschaffen für den Himmel. Doch mit der Zeit begannen die Probleme des Paares zu wachsen. Carolyn Dennis Dillon heiratete Carolyn Dennis, die seine Backgroundsängerin war, und das Paar brachte 1986 eine Tochter auf die Welt. Sie nannten ihre Tochter Desiree Gabrielle, Dennis Dillon. Bis zur Veröffentlichung der Biografie von Howard Soon im Jahr 2001 war die Ehe des Paares ein gut gehütetes Geheimnis. Im Jahr 1992 beschlossen sie jedoch, sich scheiden zu lassen. Bob Dillans Liebesbeziehungen waren sein ganzes Leben lang mit seinem musikalischen Werdegang verbunden, und folglich wurden seine Texte und die Entwicklung seiner Musik von diesen Beziehungen beeinflusst. Da seine Lieder häufig die Erfahrungen und Gefühle widerspiegeln, die mit diesen Beziehungen verbunden sind, ist sein Privatleben Gegenstand von Intrigen und Verdächtigungen gewesen. Point Dume An der atemberaubenden Küste von Malibu, Kalifornien, gelegen, ist Point Dume eine bemerkenswerte und malerische Halbinsel. Sie diente Bob Dillon als Hauptwohnsitz während seiner Tourneepausen, was ihren Reiz und ihre Bedeutung noch erhöht. Point Dume ist nicht nur ein Ort, sondern auch ein Zufluchtsort für all jene, die sich nach Ruhe und der Schönheit der Natur sehnen. Berühmt für seinen Panoramablick auf die Küste, die hochaufragenden Klippen und die unberührten Strände, bietet er einen Rückzugsort von unvergleichlicher Schönheit. Unter den vielen Anwesen, die Bob Dillon weltweit besaß, nimmt sein Haus am Point Dume einen besonderen Platz ein. Obwohl Point Dume eine besondere Bedeutung in Dillans Leben hat, ist es nur ein Juwel in seinem umfangreichen Immobilienportfolio. Mit Investitionen, die über den ganzen Globus verstreut sind, von der königlichen Pracht des Königspalastes bis zum Küstenparadies Malibu, spiegelt Dillans Immobilienbesitz sowohl persönlichen Genuss als auch strategische Investitionsplanung wider. Bob Dillon ist bekannt für seine sich ständig weiterentwickelnden religiösen Überzeugungen und seinen spirituellen Weg, die beide seinen ausländischen Lebensstil und die Diversifizierung seiner finanziellen Situation widerspiegeln. Im Laufe seines Lebens und seiner Auseinandersetzung mit der Religion hat er verschiedene Phasen durchlaufen, angefangen bei seiner jüdischen Erziehung, gefolgt von einer Phase der Konversion zum Christentum und schließlich gipfelnd in einer vielfältigeren und persönlicheren spirituellen Einstellung. In der Stadt Hibbing, Minnesota, wurde Dillan in einer sehr kleinen und gut vernetzten jüdischen Gemeinde geboren und wuchs dort auf. Die Tatsache, dass er im Mai 1954 seine Bar Mitzvah feierte, machte deutlich, dass er dem jüdischen Glauben angehörte. Dillans spirituelle Reise hingegen nahm um seinen 30. Geburtstag im Jahr 1971 einen anderen Weg. Auf seiner Reise nach Israel lernte er Rabbi Mir Kahan kennen, den Gründer der Jewish Defense League, einer radikalen jüdischen Organisation. Dillans Konvertierung zum Christentum in den späten 1970er Jahren bedeutete eine dramatische Veränderung seiner theologischen Vorstellungen und führte schließlich zu seiner Konversion. Dieser Übergang war die Folge eines Wandels in seinen religiösen Überzeugungen. Durch seine Freundin Mary Alice Artis wurde Dillan mit der Vinyard School of Discipleship bekannt gemacht. Mary Alice Artis war diejenige, die Dillan leitete. Pastoren von Vinyard, vor allem Ken Gullixen, verbrachten Zeit mit ihm in seinem Haus und in dieser Zeit traf er die Entscheidung, Christus in sein Leben aufzunehmen. Von Januar 1979 bis März 1979 nahm Dillan an den Bibelstudienseminaren von Vinyard in Resida, Kalifornien, teil. Diese Kurse halfen ihm, ein tieferes Verständnis des Christentums zu erlangen. Dillan hingegen distanzierte sich ab 1984 von der Kirche und der Bezeichnung Born Again. Er erklärte, dass er das Wort nie benutzt habe und dass es eine Erfindung der Medien sei. Eine persönlichere und weniger dogmatische Einstellung zum Glauben wurde dadurch angedeutet, dass er seinen Glauben an eine höhere Macht und das Konzept, dass es mehr im Leben gibt als das, was unmittelbar sichtbar ist, artikulierte. In einem Interview mit Newsweek erörterte er seine Gedanken zu Spiritualität und Religion. Er betonte, dass er Philosophie und Religion in seiner Musik entdeckt habe und dass dies der wichtigste Aspekt seines Lebens sei. Seine Lieder wie »Let me rest on a peaceful mountain« und »I saw the light« seien seine persönliche Ausdrucksform, um seine religiösen Überzeugungen zum Ausdruck zu bringen. Obwohl er sich nicht mit religiösen Autoritäten verbannt, entdeckte er, dass seine eigene Musik ihm Orientierung und Bedeutung gab. Dillan hat die Verbindung zu seinen jüdischen Wurzeln beibehalten, auch wenn sich sein Glaube im Laufe der Zeit verändert hat. Durch seine private Teilnahme an jüdischen religiösen Zeremonien wie den Bar Mitzvahs seines Sohnes und den Gottesdiensten in Hadar Hathora, einer Schabbat-Lubavitch-Yeshiva, hat er seine Unterstützung für die Schabbat-Lubavitch-Bewegung gezeigt. In den Jahren 1989 und 1991 trat er sogar im Schabbat-Teleton, »Bob's Career«, auf. Im Laufe seiner Karriere hat Dillan immer wieder Lieder aus seinen Gospel-Alben in Konzerten aufgeführt. Darüber hinaus hatte er gelegentlich die Gelegenheit, traditionelle religiöse Musik zu covern. Er hat gelegentlich auf seinen religiösen Glauben verwiesen, einschließlich seines Glaubens, an eine höhere Macht und des Konzepts der Antireligiosität, das eine Frage ist, die weder von einem Selbst noch von Gott beantwortet werden kann. Wenn es darum geht, ehrlich zu sein, hat er diese Anspielungen gemacht. In einem Interview mit dem Wall Street Journal, das im Dezember 2022 stattfand, gab Dillan zu, dass seine Einstellung zur Religion sehr unterschiedlich ist. Ihm zufolge verbringt er seine Zeit in der Kirche mit Beten, Meditieren und dem Studium der Heiligen Schriften. Er zündet auch Kerzen an. Er glaubt fest an die Ideen von Verdammnis, Erlösung und Vorbestimmung, und lässt sich von einer Vielzahl religiöser Schriften inspirieren, darunter die fünf Bücher Mose und die Paulusbriefe sowie die Anrufung der Heiligen. Außerdem ist er ein Fan der Invocation of the Saints, Anrufung der Heiligen. Bob Dillans frühes Leben Bob Dillan wurde am 24. Mai 1941 im St. Mary's Hospital in Duluth, Minnesota geboren. Seine Eltern gaben ihm bei der Geburt den Namen Robert Allen Zimmerman. Seine Kindheit verbrachte er in der Stadt Hibbing, die in der Missabi Range westlich des Lake Superior liegt. Die Geschichte von Dillans Familie war etwas wechselhaft. In Folge der Pogrome, die 1905 gegen Juden stattfanden, kamen seine Großeltern väterlicherseits, Anna Kyrgios und Zygmunt Zimmermann aus Odessa, das in der heutigen Ukraine lag und Teil des Russischen Reiches war, in die Vereinigten Staaten. Seine Großmutter, Florence Stone, und sein Großvater, Ben Stone, waren beide litauische Juden, die 1902 in die Vereinigten Staaten einwanderten. Sie waren seine Großeltern mütterlicherseits. Interessant ist, dass Dillan in seiner Autobiografie Chronicles Vol. 1 erwähnt, dass die Familie seiner Großmutter väterlicherseits auf den Bezirk Kausmen in der Provinz Kaas im Nordosten der Türkei zurückgeht. Dillans Eltern, Abram Zimmermann und Beatrice Beattie Stone, gehörten zu einer eng verbundenen jüdischen Gemeinde. Bevor Dillan sechs Jahre alt wurde, lebten sie schon eine Weile in Duluth. Nachdem sein Vater jedoch an Kinderlähmung erkrankt war, waren sie gezwungen, nach Hibbing umzuziehen. Dillans Vater und seine Onkel väterlicherseits waren aktiv an der Leitung des Möbel- und Haushaltswarengeschäfts beteiligt, das die Familie in Hibbing gemeinsam besaß und betrieb. Als Dillan aufwuchs, hörte er Radio, was zu einem starken Interesse an Musik führte. Er begann mit Blues- und Country-Sendern aus Shreveport, Louisiana, und wandte sich als Teenager schließlich dem Rock'n'Roll zu. Er begann seine Karriere in den Vereinigten Staaten. Einige von Dillans Bands wurden gegründet, als er noch Schüler an der Hibbing High School war. In einem dieser Ensembles, das sich Golden Chords nannte, spielte er Cover-Versionen von Songs von Künstlern wie Little Richard und Elvis Presley. Als sie in einer Talent-Show der High School Rock'n'Roll is here to stay von Danny Impert Jr. aufführten, war die Lautstärke ihres Auftritts so hoch, dass der Schulleiter das Mikrofon entfernen musste. Im Jahrbuch seiner High School wurde Dillan 1959 als Robert Zimmerman porträtiert, und er wurde eingeladen, sich Little Richard anzuschließen. Nach seinem High School-Abschluss im September 1959 zog Dillan nach Minneapolis und schrieb sich an der University of Minnesota ein. Er schrieb sich dort ein. Nachdem er sich zunächst auf den Rock'n'Roll konzentriert hatte, verlagerte sich sein musikalisches Interesse schließlich auf die amerikanische Volkmusik. In einem Interview aus dem Jahr 1985 begründete er diesen Schritt damit, dass die Volkmusik die Möglichkeit biete, ernstere und nachdenklichere Themen in Liedern zu behandeln, die mit Gefühlen von Hoffnungslosigkeit, Melancholie, Triumph, dem Glauben an das übernatürliche und tieferen Emotionen aufgeladen seien. Während seines Aufenthalts in Minneapolis wohnte Dillan im Sigma Alpha Mu Fraternity House, in dem es eine bedeutende jüdische Bevölkerungsgruppe gab. Im Ten O'Clock Scholar, einem kleinen Kaffeehaus in der Nähe des Universitätsgeländes, gab er sein Debüt als Sänger. In dieser Zeit wurde Dillan zu einer anerkannten Figur in der Volkmusik-Szene von Dinkytown. Bob Dillan war der Spitzname, den er in dieser Phase seines Lebens verwendete. Nachdem er auf die Gedichte von Dillan Thomas gestoßen war, überlegte er zunächst, ob er den Nachnamen Dillan annehmen sollte, entschied sich aber schließlich für Dillan. Wendepunkt In einem Interview im Jahr 2004 sagte Dillan, dass man mit den falschen Namen und den falschen Eltern geboren wurde. Dies war seine Erklärung für die Änderung seines Namens, um es anders auszudrücken. Das kommt tatsächlich vor. Wie auch immer man sich nennen möchte, es steht einem frei, dies zu tun. Du bist im Land der Freien. Nach dem Abschluss seines ersten College-Jahres im Mai 1960 traf Bob Dillan die entscheidende Entscheidung, sein Studium abzubrechen. Er war gerade auf dem Weg, ein weltbekannter Musiker und Komponist zu werden. Im Januar 1961 begab er sich auf eine bedeutende Reise nach New York City, mit dem doppelten Ziel, dort aufzutreten, und Woody Guthrie, die von ihm bewunderte Musikikone, zu besuchen. Guthrie hingegen befand sich aufgrund von Anzeichen und Symptomen der Huntington-Krankheit in der psychiatrischen Klinik Greystone Park. Berichten zufolge bezeichnete Dillan Woody Guthrie als die wahre Stimme des amerikanischen Geistes. Guthrie hatte großen Einfluss auf Dillans frühe Auftritte und Dillan bezeichnete Guthrie einmal als einen solchen. Dillans Entschlossenheit, Guthries treuester Anhänger zu werden, wurde im Laufe der Jahre immer stärker. Der Wendepunkt in Dillans Karriere Dillan verbrachte nicht nur Zeit mit Guthrie auf seiner Reise nach New York, sondern schloss auch Freundschaft mit Guthries Schützling Ramblin Jack Elliott, der Guthries musikalisches Erbe fortführte. Elliott war für die Weiterführung von Guthries musikalischem Erbe verantwortlich. Während dieser Zeit in New York kam es zu einem bedeutenden Wendepunkt in Dillans Karriere. Der Februar 1961 markierte den Beginn von Dillans Engagement in der Clubszene von Greenwich Village. Indem er in das Umfeld der Volkmusik eintauchte, konnte er von einer Reihe von Scoreboards und anderen großen Musikern der Vergangenheit lernen. Er schloss auch Freundschaft mit anderen Volksängern wie Dave Van Ronk, Fred Neal, Odetta, den New Lost City Ramblers und irischen Künstlern wie den Clancy Brothers und Tommy McComb. Dillans Fähigkeiten wurden über einen längeren Zeitraum nicht übersehen. Im September desselben Jahres schrieb Robert Shelton, ein Autor der New York Times, eine recht positive Kritik über Dillans Auftritt in Gertys Folk City. In dieser Rezension bezeichnete Shelton Dillan als Bob Dylan, einen unverwechselbaren Volkssongstilisten. Diese Bewertung trug wesentlich dazu bei, Dillans sich rasch entwickelnde Karriere voranzutreiben. Etwa zur gleichen Zeit wurde die Volksengerin Carolyn Hester auf Dillans Mundharmonika-Künste aufmerksam und lud ihn ein, auf ihrem dritten Album mitzuspielen. Dillan nahm die Einladung an. Diese Möglichkeit führte schließlich dazu, dass Dillan von dem Produzenten John Hammond, der ihn zuvor mit dem Künstler bekannt gemacht hatte, bei Columbia Records unter Vertrag genommen wurde. Bob Dylan, Dillans Debütalbum, wurde am 19. März 1962 veröffentlicht. Das Album wurde nach Dillan selbst betitelt. Obwohl es nur zwei Originalkompositionen enthielt, enthielt das Album eine Vielzahl von klassischen Volk-, Blues- und Gospelmelodien. Obwohl sich das Album im ersten Jahr seiner Veröffentlichung nur fünften Nullmal verkaufte, bildete es eine solide Grundlage für seine berufliche Karriere. Die beiden wichtigsten Entscheidungen, die Dillan traf, fielen im August 1962. Er änderte nicht nur formell seinen Namen in Bob Dylan, sondern unterzeichnete auch einen Managementvertrag mit Albert J. Dylan Grossman, der bis 1970 sein Manager blieb. Zu dieser Zeit hatten Grossman und John Hammond viel Stress, was schließlich zu der Idee führte, dass Dylan mit Tom Wilson, einem jungen afroamerikanischen Jazzproduzenten, zusammenarbeitete. Der Beginn einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Wilson und Dylan wurde dadurch unterstrichen, dass Wilson zahlreiche Titel für Dillans zweites Album produzierte, ohne dafür eine offizielle Anerkennung zu erhalten. Außerdem führte Dillans künstlerische Reise ihn zwischen Dezember 1962 und Januar 1963 in das Vereinigte Königreich. In dieser Zeit wurde er eingeladen, in einem von der BBC produzierten Fernsehdrama unter der Regie von Philip Savile mitzuwirken. Während seines Aufenthalts in London trat Dylan in einer Reihe von Volkclubs auf und lernte von britischen Sängern wie Martin Carthy Material. Die Aufführung von Blowing in the Wind, die eine der ersten öffentlichen Darbietungen dieses Klassikers war, fand am Ende des Stücks statt. Als Dillans zweites Album mit dem Titel The Freewheeling Bob Dylan im Mai 1963 veröffentlicht wurde, hatte er sich bereits als Singer-Songwriter mit einem aufkeimenden Ruf etabliert. Die Leidenschaft von Woody Guthrie und Pete Seeger für aktuelle Musik diente als Inspiration für mehrere Protest-Songs, die auf dem Album enthalten waren. Seine erste Single mit dem Titel Mixed Up Confusion veröffentlichte Dylan im Dezember 1962. Dieser Titel war ein Experiment im Rocker-Billy-Stil und demonstrierte Dillans Ehrgeiz, die Grenzen der Musik auszuloten. Mit seinem Ausscheiden aus der Ed Sullivan Show im Mai 1963 rückte Bob Dylan sein politisches Engagement in den Vordergrund der öffentlichen Aufmerksamkeit. Dylan wurde vom Leiter der Programmabwicklung bei ICBS Television darauf hingewiesen, dass sein Song Talkin' John Birch Paranoid Blues als diffamierend für die John Birch Society angesehen werden könnte. Dieses Wissen wurde Dylan während der Proben mitgeteilt. Dylan unternahm den mutigen Schritt, sich zu weigern, in der Sendung aufzutreten, anstatt dem Zensurantrag zuzustimmen, der gestellt wurde. Sowohl Bob Dylan als auch Joan Bias hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits als einflussreiche Führer der Bürgerrechtsbewegung etabliert, auf dem historischen Marsch auf Washington, der am 28. August 1963 stattfand, sangen sie sogar gemeinsam. Dillans drittes Album. Dillans zunehmendes politisches Engagement schlug sich in seinem dritten Studioalbum nieder, das den treffenden Titel »The Times They Are A Change In« trug. Die Platte befasste sich mit zeitgenössischen sozialen und politischen Themen in einer Vielzahl von Songs. »Only a Porn in Their Game« befasste sich mit der Ermordung des Bürgerrechtlers Medgar Evers, während »The Lonesome Death of Hattie Carroll« den tragischen Tod einer schwarzen Hotelbardame durch die Hand einer jungen, weißen Gesellschaftsdame thematisierte. Das Album enthielt auch Titel wie »Ballad of Hollis Brown« und »North Country Blues«, die Dillans Fähigkeit, sich mit gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten auseinanderzusetzen, weiter unter Beweis stellten. Darüber hinaus boten Songs wie »Boots of Spanish Leather« und »One Too Many Mornings«. Neben den breiteren politischen Kommentaren auch intime Einblicke in Dillans persönliche Erfahrungen. Dillans öffentliches Auftreten in dieser Zeit war ebenso bemerkenswert. Ein Londoner Reporter beschrieb ihn humorvoll als einen Mann, der ein Hemd trug, das so laut war, dass es die Neonlichter am Leister Square verdunkeln konnte und dessen Haar so lang war, dass es die Zähne eines Kammes zerzauste und der sich in Interviews auf angeregte Gespräche einließ und dabei seinen typischen Witz und Charme zeigte. Während eines Auftritts in der Fernsehsendung LeCrane deutete Dillan an, in einem Cowboy-Horrorfilm mitzuwirken. Auf die Frage, ob er die Rolle des Cowboys spiele, antwortete er »Nein, ich spiele meine Mutter« und zeigte damit seine Vorliebe für spielerische und rätselhafte Antworten. Ein weiteres bedeutendes Album »Bringing It All Back Home« Dieses Album »Bringing It All Back Home« wurde von Bob Dylan im März 1965 veröffentlicht und markierte einen weiteren dramatischen Übergang in seinem Musikstil. Die Veröffentlichung dieses Albums bedeutete eine deutliche Abkehr von seiner langjährigen Liebe zur Musikindustrie und es war eine hervorragende Methode, die Musikindustrie in die Gegenwart zurückzuholen. Darüber hinaus war die CD eine ausgezeichnete Methode, um die Musikindustrie in die heutige Zeit zu bringen. Eine Seite des Albums war elektrisch, die andere Seite akustisch instrumentiert. Das Album war eine Doppel-LP. Chuck Berry's »Too Much Monkey Business« diente als Inspirationsquelle für den Song Subterranean »Homesick Blues«, der als erste Single aus dem Album veröffentlicht wurde. Der Text des Liedes zeichnete sich durch seinen freien Assoziationsstil aus, der an die Musik der späten Rockband und die Beatpoesie erinnerte und wurde sogar als Vorläufer von Rap und Hip-Hop angesehen. In einem frühen Musikvideo, das für den Song entwickelt wurde, wurde Dylans charakteristischer Stil hervorgehoben, indem er Karten mit wichtigen Zeilen aus dem Song aufstellte. Dylan wird zugeschrieben, die Idee für das Musikvideo gehabt zu haben. In den folgenden Musikvideos und Werbespots wurde dieser Ansatz der Stichwortkarten genauso übernommen. Auf der zweiten Seite von »Bringing it all back home« kehrte Dylan zu seinen akustischen Ursprüngen zurück und spielte vier längere Songs, bei denen er sich selbst mit einem Lied begleitete. Im Laufe des Jahres 1965 veröffentlichte Dylan sein erstes Soloalbum, das den Titel »Akustik, Guitar and Harmonica« trug. Im Sommer 1965 war Bob Dylan der Hauptakt beim Newport Folk Festival, einer Veranstaltung, auf die sich die Fans der Volkmusik freuten. Dieser Auftritt war ein entscheidender Punkt in Dylans Karriere, denn es war das erste Mal, dass er ein elektrisches Set spielte, seit er in der Highschool war. Al Cooper spielte die Orgel und Mike Bloomfield die Gitarre als Teil der Gruppe, die ihn unterstützte. Dylans elektrischer Auftritt in Newport im Jahr 1965. Dylan war bereits zweimal in Newport aufgetreten, 1963 und 1964. Doch bei seinem Auftritt 1965 war das Publikum eher gemischt. Warum sich das Publikum so verhielt, ist umstritten. Kritiker haben die schlechte Tonqualität und die Kürze des Auftritts als Gründe dafür angeführt, dass Volkfans mit Dylans überraschendem Einsatz einer elektrischen Gitarre nicht zufrieden waren. Was auch immer der Fall sein mag, das Volkestablishment war verständlicherweise über Dylans elektrisierenden Auftritt in Newport empört. In der September-Ausgabe des Sing-Out Magazines kritisierte der bekannte Volksänger Ewan McCall Dylans Wandel, nannte seine Musik zehntklassiges Gefasel und behauptete, dass nur ein bedingungsloses Publikum sie akzeptieren könne. Dylan nahm Positively Fierce on Westford Street in den Tagen nach seinem Newport-Konzert am 29. Juli 1965 auf. Viele dachten, dass Dylan mit diesem Lied auf die Kritik reagierte und seine ehemaligen Kollegen und Partner aus der Volksszene in New York City, wo er in den Bars entlang der Westford Street spielte, angriff. Der Text war voller Rache und Paranoia, der Unfall. Ein wichtiges Ereignis im Leben von Bob Dylan ereignete sich am 29. Juli 1966, als er mit seinem Motorrad Triumph Tiger 100 in der Nähe seines Hauses in Woodstock, New York, verunglückte. Bei dem Zusammenstoß brach sich Dylan nach eigenen Angaben mehrere Halswirbel. Die Einzelheiten des Unfalls sind jedoch immer noch geheimnisumwittert. Dylan wurde nicht ins Krankenhaus gebracht und es wurde kein Krankenwagen geschickt, was zu vielen Diskussionen und unterschiedlichen Vorstellungen über den Unfallhergang geführt hat. Seinen Biografen zufolge konnte Dylan nach seinem Motorradunfall den erdrückenden Anforderungen seiner Karriere entkommen. Bob Dylan nach seiner Genesung. Nachdem Dylan vollständig genesen war, begann er mit der Arbeit an dem Dokumentarfilm über seine Tournee von 1966, den D.A. Pennebaker produziert hatte. ABC Television war jedoch der Meinung, dass die erste Fassung des Films für den Durchschnittszuschauer zu kompliziert war und verzichtete deshalb darauf. 1967 nahm Dylan eine Pause vom Rampenlicht, um in seinem Haus in Woodstock und im Keller von Big Pink, einem Nachbarhaus, in dem die Hawks, die späteren Mitglieder der Band, lebten, mehr als 100 Songs aufzunehmen. Obwohl sie als Demos für andere Künstler geschrieben wurden, wurden einige dieser Songs schließlich zu Hits, als sie von Manfred Mann, Julie Driscoll und den Birds gecovert wurden. The Basement Tapes, eine Zusammenstellung dieser Aufnahmen, wurde 1975 von Columbia Records veröffentlicht. The Basement Tapes Complete, das bisher unveröffentlichte Titel enthält, die Dylan und seine Band 1967 aufgenommen hatten, wurde 2014 veröffentlicht. Charlie McCoy am Bass, Kenny Buttrey am Schlagzeug und Pete Drake an der Stilgitarre gehörten zu den Musikern, mit denen sich Dylan später im Jahr 1967 im Studio in Nashville wieder traf. Das Endprodukt war die Platte von John Wesley Hodgson. Auf seinem Album The Basement Tapes sammelte Dylan Harding kurze Kompositionen, die sich von biblischen Themen und dem amerikanischen Westen inspirieren ließen. Die Texte und minimalen musikalischen Arrangements dieses Albums zeigen Dylans tiefgründige Auseinandersetzung mit der jüdisch-christlichen Tradition. Eine Wiedergabe von All Along the Watchtower war darauf enthalten. Im Oktober 1967 verlor Dylan seinen Mentor und seine frühe Inspiration Woody Guthrie bei einem Gedenkkonzert in der Carnegie Hall am 20. Januar 1968 trat Dylan zum ersten Mal seit fast 20 Monaten wieder live auf mit der Band im Rücken. Auf seinem 1969 erschienenen Nachfolgealbum Nashville Skyline, auf dem er mit Musikern aus Nashville zusammenarbeitete, präsentierte sich Dylan den Zuhörern in gedämpfterer Form. Die Single Lay, Lady Lay und ein Duett mit Johnny Cash wurden beide zu großen Hits. Auf diesem Album präsentierte Dylan nicht nur eine breite Palette von Musikstilen, sondern auch seine Gesangstechnik nahm eine scharfe Wendung. Auf diesem Album präsentierte Dylan nicht nur eine breite Palette von Musikstilen, sondern auch seine Gesangstechnik nahm eine scharfe Wendung. Die Zeitschrift Society stellte fest, dass Dylan unverkennbar singt. Er hat seinen Stimmumfang irgendwie um eine Oktave erweitert. Dylan schlägt weiter Wellen. Als Gast in Johnny Cash's erster Fernsehshow im Mai 1969 sang Dylan Girl from the North Country im Duett mit Cash. I threw it all away und Living the Blues waren weitere Solos von Dylan. Nachdem er Einladungen zu Auftritten auf dem nahegelegenen Woodstock Festival abgelehnt hatte, reiste Dylan im selben Jahr weiter, reiste Dylan noch im selben Jahr nach England um am 31. August 1969 auf dem Isle of Wight Festival aufzutreten. Im März 2020 veröffentlichte Bob Dylan auf seiner YouTube-Seite einen 17-minütigen Jam mit dem Titel Murder Most Foul, in dem es um den Tod von Präsident John F. Kennedy ging. Es war seine erste Podcast-Single, die die Nummer 1 erreichte und an die Spitze der digitalen Rock-Song-Verkaufscharts von Billboard schoss. Es war die erste Single, die unter seinem eigenen Namen veröffentlicht wurde und in den Pop-Charts erschien, als sie in den britischen Album-Charts debütierte. I Contain Multitudes und False Prophet, zwei weitere Singles, wurden kurz darauf veröffentlicht und er kündigte an, dass alle drei auf einem kommenden Doppelalbum enthalten sein würden. Rough and Rowdy Ways, Dylans 39. Studioalbum und erstes Album mit eigenen Songs seit 2012 wurde am 19. Juni 2020 veröffentlicht. Nachdem es positive Kritiken erhalten hatte, stieg das Album schnell an die Spitze der britischen Album-Charts und machte Dylan zum ältesten Künstler, dem dies mit komplett neuem Material gelang. Im Dezember 2020 erwarb die Universal Music Publishing Group den gesamten Songkatalog von Bob Dylan, einschließlich aller damit verbundenen Urheber- und Managementrechte, für eine stolze Summe von über 300 Millionen Dollar und erregte damit große Aufmerksamkeit. Anlässlich seines 80. Geburtstags im Mai 2021 veranstaltete Dylan eine virtuelle Konferenz mit dem Titel Dylan 80 an der Wissenschaftler, Journalisten und Künstler teilnahmen. Parallel zu dieser Veranstaltung wurden zahlreiche neue Biografien und Studien über Dylan veröffentlicht. Im Juli 2021 präsentierte Dylan Shadow Kingdom The Early Songs of Bob Dylan eine 50-minütige Livestream-Performance, die erstmals die britischen Album-Charts anführte. Die Partitur des Auftritts wurde im Juni 2023 veröffentlicht. Im September 2021 setzte Dylan seine Bootleg-Serie Vollern 16, 1980-1985 mit Springtime in New York fort, die alternative Takes, Live-Aufnahmen, Proben und Outtakes von verschiedenen Alben enthält. Eine einzigartige Wiedergabe von Blowing in the Wind von Bob Dylan, die mit dem innovativen Medium Ionic Original aufgenommen wurde, erzielte BI einer Auktion im Juli 2022 einen hohen Preis. Dylans Buch The Philosophy of Modern Song, das im November 2022 veröffentlicht wurde, wurde für seinen aufschlussreichen Inhalt und seine vielfältigen Perspektiven gelobt und enthält 66 Essays über Songs verschiedener Künstler. Vollern 17 Fragments Time Out of Mind Sessions 1996-1997 veröffentlicht am 27. Januar 2023 bot einen Remix von Dylans Album von 1997 zusammen mit bisher unveröffentlichtem Material in verschiedenen Formaten als Teil seiner Bootleg-Serie. Die 66-teilige Bootleg-Serie Ionic Original, die am selben Tag veröffentlicht wurde, wurde für ihren interessanten Inhalt und ihre vielfältigen Ansichten gelobt, da sie Musik von verschiedenen Künstlern präsentierte. Die ursprünglich im Juni 2007 angekündigte CD hat sich seither über 29 Millionen Dollar verkauft. Obwohl er sich vielen schwierigen Herausforderungen stellen musste, hat Bob Dylan meiner Meinung nach ein erfülltes und interessantes Leben geführt. Wie steht es mit Ihnen? Bitte teilen Sie mir Ihre Meinung unten im Kommentarbereich mit. Vielen Dank, dass Sie sich das ganze Video angesehen haben. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren um Benachrichtigungen über die nächsten Interesse